Hallo und herzlich willkommen zurück zu Skyrim in Hübsch und wir sind gerade unten in einer schrecklichen Höhle und suchen vergeblich Erz, das wir zu Gold umwandeln können. Ich meine die Falle hätte ich schon mal ausgelöst. Deshalb ist das... Oh. Vielleicht habe ich sie auch noch nicht ausgelöst. Ja. Gehen wir mal hier wieder raus. Gut, gut, gut. War wohl nicht so viel. Schade. Äh, ja. Kommt man hier jetzt wieder raus? Ich fürchte wir müssen komplett zurücklaufen. Okay, da geht's hoch. Jetzt haben wir alles schon abgefarmt. Ist auch nicht viel übrig geblieben. Leider. Kommt wahrscheinlich nur so alle paar Tage wieder. So. 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 Naja, wir könnten... Was mir noch einfällt. Wir können noch... Äh... Zum Magier da gehen. Zur Drachenfeste. Ja. Direkt da hinreisen. In die Drachenfeste. Da müssen wir nicht den ganzen Weg laufen. Dann... Äh... Können wir noch unser eines Schild und ich glaube die Zwergenhandschuhe... Ähm... Verzaubern. Oder entzaubern. Damit wir da noch was an Punkten bekommen. Aber sonst weiß ich im Moment wirklich nicht, wie wir weitermachen sollen. Das ist irgendwie komisch. Ich kann jetzt natürlich Nebenmissionen machen, aber die wollte ich jetzt nicht so unbedingt machen. Ich könnte ja einfach mal auch der Akademie im Winterfeste beitreten. Und da Missionen machen oder irgendwie sowas. Hm. Ah... Sag jetzt nicht, dass ich nochmal neu laden muss. Ladebildschirm! Man müsste hier irgendwas einfügen, das das Ganze witziger macht. Außer ein schwarzer Ladebildschirm. Jetzt haben sie sogar schon die Texturen vergessen. Oder ich brauche einfach mal ne SSD dafür. Oder irgendwie was anderes. Um das schneller laden zu können. Naja... Bei den Göttern! Was für eine Magie! Was für eine Magie! Ich bin ein Silbererz hinzugefügt! Juhu! Ich bin ein Silbererz hinzugefügt! Juhu! Seelenstein und Entzaubern Nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht Hallo Ich möchte eigentlich nur auf Entzaubern gehen Ausgeschwundenen Stellen Das ist bereits bekannt Okay Ist alles bereits bekannt Na super Gut Dann versuchen wir uns mal ein bisschen an der Alchemie Ich habe gehört, da kann man vieles machen Magie wiederherstellen Feuerresistenz Anfälligkeit für Frost Magieresistenz Gesundheit senken Anfälligkeit für Musik Gesundheit wiederherstellen Anfälligkeit für Magie Okay Ja So, dann wissen wir hier Gesundheit senken Machen die beiden Das macht anfällig für Magie So Ähm Ja Stop Nein Ich möchte aber hier drauf zurück So Anfälligkeit für Gift Magie Feuerresistenz Drossel Drossel Ei Weiß ich nicht Eins Ähm Elektroplasma Fackelwürmchen Fackelwürmchen Oh Cool Knochenmehl Ausdauer senken Ähm Ja Herstellungszauber ist fehlgeschlagen Okay Ja Beenden wir mal die Alchemie Und ähm Essen mal noch Ein bisschen was davon Giftresistenz Ausdauer senken Feuerwürmchen Magiker wiederherstellen Fälligkeit für Frost Einmal alles essen Damit wir wissen Was da drin ist Vampirstaub Wacholderbären Und Zwillingssaft Ah Hab gerade ziemlich äh starke Unterschiede Dann solltet ihr Dann solltet ihr Hilgruns Grab meiden Mein Cousin Darf da draußen gegen Drachen kämpfen Und ich Ja das ist natürlich schade für dich Egal Ich laufe Ich laufe weiter Irgendwie Irgendwie Irgendwas Ich möchte auf jeden Fall vorankommen Es wäre doof wenn wir die ganze Zeit auf einer Stelle treten Komm Lade 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 Fein gemacht So Quests Was haben wir denn Das wissen der Alten Das haben wir nicht hinbekommen Überschreibt das Lexikon Äh Er hat mich zu Zwergen Aus Zwergen Äh Ich soll Gut Finde Silius Schriften Ja Erste Lektion Im Morgen Grauen Äh Äh Okay Geschäftliche Finde die Rotverdienen Verschiedenes Gut Ich finde Äh Äh Wir machen mal das da Ich finde das Äh Klingt doch ganz schön So ein paar Schriften finden Am Arsch der Welt Nein 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 Den Tempel habe ich auch schon entdeckt Das habe ich auch schon entdeckt Äh Also ich möchte hier Gut also ich Mach jetzt nach hier mal eine schnellreise Und dann würde ich sagen Mach ich auf dem Hinweg noch ein bisschen Gold Für mein Level Und dann war es Wahrscheinlich auch schon wieder mit der Folge Hm Wir sind sehr sehr wenig produktiv Oder ich bin sehr sehr wenig produktiv Das kann nicht sein Das soll nicht sein Und ich bin jetzt ich glaube bei Folge 16 Und immer noch auf Stufe 17 Hm Ähm Ja Was sollen wir noch dazu sagen Das Projekt wird Übermäßig in die Länge gezogen Hey Wieso bist du böse auf mich Ich hasse es wenn Leute böse auf mich sind Ja Hallo Ich bin noch nicht böse auf euch Oh da ist auch noch ein Drache Wow Danke Drache Oh Ich glaube Ist das klug? Vielleicht nicht unbedingt Aber so ein ganzes Volk aufzurotten Ich glaube ich auch nicht Gerade das Sahne Stückchen So Nein Den habe ich nicht getroffen Okay Perfekt getroffen Hallo Bleibst du wohl hier Haben wir hier noch irgendwelche Leute Die ich mal eben schnell erledigen kann Hallo So So greifst du mich jetzt wieder an Und vor allem Dingen Wo bist du Dass du mich angreifst Ich kann euch nicht besiegen Mir egal Da ist ein Blutdrache Und der ist gleich tot Was ist denn jetzt los? Nein Komm zurück Hallo? Wieso verliere ich die ganze Zeit meine Pfeile? Ach, da ist er doch. Nein! Okay. Jetzt muss ich nur noch die paar Ausgeschworenen nennen hier. Da oben ist nur einer. Was? Was ist denn mit dem da oben? Das ist so ein Feueranatorisch oder sowas von dem Typ. Wo ist der? Der mich mit Eis bewirft. Da hinten ist der. Da ist noch einer. So. Der ist weg. Das frage ich mich. Wie kriege ich den da unten weg? Wie kriege ich den weg? Ich fürchte, da muss ich in den Nahkampf gehen. Oh, da sind doch noch ein paar Leute. Hm. Okay. Stopp. Objekte. Schwerter klingeln. Oh. So. Speichern. Habe ich schon seit langem nicht mehr gemacht. Jetzt hole ich mir noch den da oben. Aber erstmal. Ähm. Die Bejekte. Kommt dann dran, äh. Frostresistenz rein. Und dann hole ich mir noch mal ein Schwert. Oder mein. Wie gesagt. Oh. Schild. Also das kann ich. Dieses Schild nicht benutzen. Das wird sie tatsächlich. Äh. Gar nicht gut. Trank der kleinen Heilung. Trank der starken Heilung. Verdammt. Wow. Weg hier. Schnell. Was? Hopp. Kann ich die von hier, ne von hier aus kann ich die nicht. Schon wieder meine Caps-Lock-Taste aktiviert. Das ist, ist so schlimm. Auf jeden Fall muss ich die noch irgendwie treffen können. Mit meinem Bogen. Die zieht mich noch. Na? Nein. 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 So kann ich die nicht treffen. Ich muss von der anderen Seite. Aber vorher muss ich mal auf Pause drücken. Und, äh. Sagen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Sagen. Ja.